Ein herzliches Willkommen hier auf dem Natur- und Technikkanal Amazing Nature Alpha zu einer weiteren Folge Fotografieren, Lernen. Es gibt ja noch die Kategorie Photo to Go, die packe ich auch immer in die Playlist Fotografieren, Lernen. Aber ihr findet die Photo to Go Folgen auch, wenn ihr Photo to Go oben in die Suchleiste eingebt. Heute gibt es wieder 10 Tipps und Tricks für Anfänger in der Fotografie und ich hoffe, auch heute ist wieder etwas für euch dabei. Ich habe ein Video gemacht, das kann ich am Ende nochmal verlinken mit 10 weiteren Tipps. Heute ist sozusagen Teil 2 und ich hoffe, ihr bleibt dran. Los geht's! Ich stehe hier übrigens auf einem riesigen Vulkan auf der Insel La Palma und bin hier hochgewandert und bin, glaube ich, zwei Menschen begegnet. Es ist irre einsam hier, man kann hier eine Stecknadel fallen hören, aber das interessiert euch mit Sicherheit nicht so sehr. Ja, deswegen fangen wir an mit Tipp Nummer 1 und der lautet, limitiere dich einmal bewusst selbst. Also, nimm nicht, so wie es ich immer mache, 1000 Objektive und 5 Kameras mit, damit ihr für alle Eventualitäten gerüstet seid, sondern limitiere dich mal bewusst. Das ist gerade für Anfänger schön, aber auch für mich, wo ich schon lange fotografiere, ist es einfach immer wieder schön, einfach mal alles zu Hause zu lassen, von vornherein zu sagen, ja, mir ist es jetzt egal, ob da drüben ein riesiger Adler im Baum sitzt oder sonst irgendwelche spektakulären Makros zu machen wären, sondern ich gehe jetzt mal bewusst mit einer Festbrennweite in den Wald, in den Zoo oder sonst wo ihr seid, auf eine Wanderung von mir aus auch. Nehmt auch mal bewusst das falsche Objektiv mit. So ist es zum Beispiel hier so, wenn ich jetzt klassisch hier durch die Gegend wandern würde, dann würde ich klassischerweise ein 24er, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, eine Festbrennweite mitzunehmen, würde ich für Landschaftsfotografie ein 24 Millimeter mitnehmen. Vielleicht auch ein 20er, da muss man die Kirche ein bisschen drauf lassen, das ist jetzt mal egal. Aber nehmt doch mal bewusst ein 50er mit, nur ein 50er, ich habe euch das mal vorgemacht. Das Video kann ich am Ende auch mal verlinken, jetzt habe ich schon zwei Videoplätze am Ende reserviert, macht aber nichts. Da bin ich mal nur mit einer 50er, mit einer alten Minolta 50er Festbrennweite in den Tiergarten gegangen. Und das hat wunderbar funktioniert, das hat sehr viel Spaß gemacht, weil es irgendwie so ein bisschen auch ein Abenteuer ist, auch die richtigen Bilder dann damit zu machen. Und ich kann euch ja jetzt, während ich quassle, mal ein paar Bilder einblenden. Da sind wirklich ein paar schöne Aufnahmen dabei entstanden und jedes Bild lässt einen staunen, was aus diesen alten Minolta Objektiven doch rauszuholen ist. In dem Fall, glaube ich, hatte ich es an der A7R III dran. Tipp Nummer zwei, nimm bewusst einen mutigen, schrägen Bildschnitt. Das heißt, damit meine ich natürlich nicht, dass du das zu 100 Prozent tun solltest, aber denk auch mal so ein bisschen um, also nicht nur immer die Kamera gerade oder hochkant halten, sondern wage dich auch mal an einen bewusst schrägen Schnitt. Das lässt das Bild sehr dynamisch wirken, also ich meine damit nicht den nachträglichen Schnitt in Lightroom, den kann man natürlich auch so machen, aber dann verliert ihr natürlich auch ein paar Megapixel dabei, sondern ich meine, nehmt die Kamera mal und macht das Bild bewusst schräg oder schief, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Und das gibt oft eine super Dynamik ins Bild. Probiert das mal aus. Ich habe euch jetzt, während ich gesprochen habe, ein paar Beispiele eingeblendet. Das kann dem Bild so ein bisschen Pepp verleihen. Und ähnlich ist es bei Tipp Nummer drei, erstellt öfter mal einen dynamischen Mitzieher. Wenn ihr Autos irgendwo fahren habt oder ihr habt ein schönes Auto, was ihr fotografieren wollt in der Fahrt, macht das als Mitzieher. Das sieht gleich viel dynamischer aus. Oder geht mal bewusst vor die Haustüre und sagt, heute mache ich mal nur Mitzieher. Wie machen wir Mitzieher? Wir schließen die Blende etwas, je nachdem, wie viel Schärfentiefe wir brauchen und gehen auf eine längere Verschlusszeit. Und zwar so lange, bis das Bild im Hintergrund das Verwischen beginnt. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ihr könnt beim Teleobjektiv dann in den Mode 2 schalten, damit nur die Achse hoch runter stabilisiert wird, wenn ihr so schwenkt. Ihr könnt aber auch ohne Stabilisator schöne Mitzieher machen. Das könnt ihr von einer joggenden Person machen, von irgendwelchen Fahrzeugen, die durch die Gegend fahren, von Zügen. Macht doch mal ein Mitzieher von Zügen. Das sieht auch sehr schön aus. Oder macht es umgekehrt. Das habe ich mal in der Photo to go, glaube ich, Folge 2 war das gezeigt, wie ich einfach ein gerades Bild gemacht habe. Aber der Zug, der da durchgefahren ist, hat dann eben verwischt. Das ist dann kein Mitzieher, sondern der Zug zieht sich sozusagen selber mit. Aber es ist auch mal eine Art, einfach mal ein anderes Bild zu machen, ein bisschen den Namen reinzubringen. Und da müsst ihr ein bisschen üben, die Kamera genau in derselben Geschwindigkeit zu führen, wie das Fahrzeug oder der Gegenstand, der sich bewegt. Das kann übrigens auch ein Tier sein, euer Hund, eure Katze, irgendein Vogel. Das ist natürlich schon Masterclass, das zu schaffen. Und vor allem dann auch den richtigen Vogel zu finden, etc. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Aber soweit Tipp Nummer 3. Nehmt öfter mal einen Mitzieher oder nehmt das als Anlass, heute mal einen Mitzieher zu machen. Mein Tipp Nummer 4 für euch. Schaut euch mal bewusst Gemälde an. Ich selber mal auch hin und wieder mal ein Bildchen in Öl. Habe auch schon ein paar erstellt. Das letzte, das ich gemacht habe, kann ich ja euch mal einblenden. Auf alle diese Bilder bin ich nicht sonderlich stolz. Das geht viel, viel besser. Ich bin da nur ein Amateur und ich mache das nur alle einmal im Jahr vielleicht, um mal ein bisschen runterzukommen und abzuschalten. Denn diese vier oder acht Stunden, die ich dann an so einem Bild sitze, die fehlen mir natürlich auch wieder für YouTube und wiederum auch natürlich für meine Familie und Frau. Und deshalb ist es natürlich für mich auch immer schwierig, ein Bild zu machen. Aber auf was ich hinaus will, ist, betrachtet mal Gemälde. Gemälde haben eine viel längere Tradition als Fotografie. Und bereits im 16. Jahrhundert und aufwärts oder abwärts haben die alten Hasen und Künstler natürlich ganz genau gewusst, warum sie ein Gemälde so aufbauen, wie sie es aufbauen. Das folgt nämlich gewissen Regeln. Die malen nicht nur irgendwie eine schöne Landschaft zum Beispiel, sondern sie malen die Landschaft so, dass es den Blick des Betrachters in das Bild hineinzieht. Sie haben einen Rahmen vielleicht aus Bäumen. Sie haben Tiefe, indem sie mit Kontrasten arbeiten. Einmal mit hellen weißen Lichtern, aber auch mit schwarzen Schatten. Auch bei meinem letzten Gemälde habe ich das so gemacht. Nur so bekommt man Tiefe in das Bild. Und ganz zum Schluss kommt dann auf die Tanne noch so ein bisschen Grün obendrauf. Also drunter ist das Schwarz, das eben für den Schatten sorgt. Und so ist es nämlich auch in der Fotografie. Der Dynamikumfang in einem Gemälde ist zu 100% korrekt. Denn wir haben weiß für die hellen Spitzlichter und wir haben schwarz für die Schatten. Und genauso müsst ihr euer Bild natürlich auch belichten. Was ich aber meine, ist die Komposition dahinter. Ihr seht oft irgendwie Bäume am Rand und dann eben noch Dunst im Hintergrund. Und dann nach hinten wird es dann immer dunstiger. Das ist ungefähr das, was wir auch in der Fotografie so im Alltag vorfinden. Aber allein schon die Elemente im Bild zu platzieren, dass sie vielleicht nicht exakt am Rand sind, sondern dass sie so eher so auf den Drittelpositionen oder im goldenen Schnitt oben und unten sind. Das sind alles Stilmittel, die die alten Hasen und Künstler schon gewusst haben und die wir heute in der Fotografie auch so umsetzen können. Also schaut euch auch mal bewusst Gemälde an, wenn ihr durch irgendeine Galerie lauft oder auch auf Google Bilder gebt mal irgendwie Gemälde ein, Landschaftsgemälde. Vor allem sind hier hilfreich, um auch zu verstehen, wie muss ich denn eine Landschaft aufbauen, auch als Fotograf, damit das sehr gut wirkt. Das hat dann oft mit Tiefe zu tun, mit Vordergrund, Hintergrund, etwas in den Vordergrund reinnehmen, aber auch mit Rahmen, etwas an die Seiten platzieren und aber auch natürlich mit dem idealen Dynamik- und Kontrastumfang. Kommen wir zum Tipp Nummer 5. Der Fokus muss aufs Auge. Das ist natürlich den Profis klar und denen, die schon länger fotografieren, aber vielen Anfängern, ich kann noch sehr gut mich zurückerinnern, wie das bei mir war, mir war das am Anfang auch gar nicht mal so klar, dass die Schärfe aufs Auge muss. Also egal, ob ihr ein Makro erstellt von einer Eidechse, da ist nicht die Nase vorne interessant, auf die eure Kamera fokussiert, sondern wenn sie das tut, geht in den manuellen Fokus und fokussiert das Auge. Denn nur so sieht das Bild gut aus, anders sieht es immer irgendwie komisch aus. Aber auch bei Menschen ist es natürlich wichtig, immer das Auge zu fokussieren. Die Sony-Kameras sind ja da sehr stark mit dem Augen-Autofokus, aber auch viele andere Kameramodelle haben das ja mittlerweile nachgerüstet. Wenn wir schon bei solchen Geschichten sind, kommt gleich Tipp Nummer 6. Fotografiert Personen oder auch gerne Tiere oder sonst irgendwelche Gegenstände gerne oft im Schatten. Niemals im prallen Sonnenlicht, Sonne lacht Blende 8, hat es ja mal geheißen. Natürlich können wir das oft nicht vermeiden bei Landschaften oder so, da wollen wir die Sonne, wir wollen das Spiel mit den Schatten und den Lichtern. Aber gerade hier, die Nordeuropäer haben ja dann doch oft einen hellen Hauttyp und da wirkt die Sonne gleich oft so, dass es auf der Haut weiß ausbrennt. Aber auch Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe, die haben dann oft auch Glanzstellen von Schweiß oder man glänzt ja auch so ein bisschen, so wie ich jetzt hier auch wahrscheinlich ein bisschen. Und von daher ist es nie ratsam, jemanden in die Sonne zu stellen. Der weitere Hintergrund dahinter ist, dass derjenige, der in der Sonne steht, meistens gegen die Sonne schaut, weil das Licht soll ja von da kommen und dann hat er ein ganz verspanntes Gesicht, weil er so die Augen zusammenkneifen muss und so ganz angestrengt lacht. Und zusätzlich, ab 30 Aufwärts, so wie bei mir, kommen natürlich dann noch die Falten dazu, die sehr hart sind und sehr prägnant werden, weil wir eben harte Schatten haben durch diese kleine Lichtquelle Sonne. Also, was lernen wir daraus? Stellt euer Motiv in den Schatten. Wenn ihr das, vor allem als Anfänger ist das wichtig, wenn ihr das noch nicht handeln könnt mit großen Blitzsoftboxen oder Aufhellern. Natürlich kann man auch in der Sonne fotografieren, wenn man dementsprechend dann die Kamera dunkler einstellt und dann vielleicht einen riesigen Reflektor noch in die Schattenseite reinhält, damit das beautymäßig ausgeleuchtet wird. Das ist aber eher jetzt ein Anfängervideo, deswegen versucht es mal mit Schatten. Auch ich stehe jetzt im Schatten. Warum? Damit ich die Augen offen habe, damit ich sie nicht zusammenkneifen muss und damit meine Haut auch korrekt belichtet ist. Natürlich ist hier auch der Dynamikumfang schwer. Gerade beim Fotografieren kann ich ja kein RAW jetzt verwenden und deswegen brennt der Hintergrund aus. Ansonsten würdet ihr hier hinten irgendwo das Meer sehen. Ich bin hier auf 1400 Meter Höhe und das schaut ganz atemberaubend aus, wenn ich nach rechts schaue. Aber das funktioniert nur deshalb, weil meine Pupille dann zumacht. Wenn ich jetzt die Kamera drehen würde, dann wäre es viel zu hell eingestellt, weil ich manuell gerade filme. Und deswegen müssten wir dann die Blende schließen oder die Verschlusszeit verkürzen oder die ISO nach unten setzen. Kommen wir zum Tipp Nummer 7. Und das ist, fotografiert eure Tiere oder Menschen auf Augenhöhe. Aber auch andere Objekte wie zum Beispiel Makros. Wenn ihr zum Beispiel eine Eidechse fotografiert, ich rede hier oft von Eidechsen, weil hier in La Palma gibt es sehr viele Eidechsen, dann ist es natürlich auch viel besser. Ihr habt, angenommen, die läuft jetzt hier am Boden, macht bitte kein Foto einfach so von oben. Dann braucht ihr nämlich überhaupt kein Foto machen. Das sind schrottige Bilder. Die will keiner sehen. So würde jeder Handyfotograf es genauso tun. Im Gegenteil, die Handyfotografen machen es vielleicht sogar besser, weil sie mitdenken und sagen, hey, ich gehe mal auf die Knie und mache das auf Augenhöhe. Und dann sieht nämlich ein Handyfoto auch gleich um Welten besser aus. Also bitte nicht einfach nur aus eurer bequemen Position heraus irgendwas von oben fotografieren. Vor allem keine Kleinkinder, keine Katzen, keine Hunde. Geht immer auf die Knie, legt euch auf den Boden und macht das auch auf Augenhöhe. Das hat auch den Hintergrund, es sieht vor allem bei Kindern eher bedrohlich aus, wenn die so nach oben schauen. Und sie werden dadurch auch noch kleiner, wie sie sowieso schon sind. Und wir haben keine Tiefe, weil wir haben maximal vielleicht einen Fußboden, Rasen- oder Fliesenboden im Hintergrund, der sich aber nur 50 Zentimeter hinter dem Kind befindet. Wohingegen, wenn ihr auf Augenhöhe seid, dann habt ihr vielleicht Tiefe, dann habt ihr Landschaft, dann habt ihr ein Bouquet im Hintergrund. Also ganz wichtiger Tipp, egal ob Mensch oder Tier oder Eidechse, immer auf Augenhöhe gehen. Okay, sputen wir uns. Ich filme mich mit der ZV1 und bei 4K-Video geht die schnell in die Knie, wenn das mal 15 Minuten dauert, so wie wahrscheinlich dieses Video. Okay, kommen wir zum Tipp Nummer 8. Verwendet Komplementärfarben. Was sind Komplementärfarben? Komplementärfarben sind gegenläufige oder gegenüberliegende Farben im Farbkreis. Das bedeutet, habt ihr so einen Farbkreis zur Verfügung, dann wisst ihr zum Beispiel, dass Gelb genau gegenüber von Lila liegt, Orange gegenüber von Blau und Rot exakt gegenüber von Grün. Und was wissen wir? Wir wissen, dass gegenüberliegende Farben im Farbkreis auf Bildern besonders harmonisch wirken. Also geht mal bewusst fotografieren und fotografiert ein Bild, wo schwerpunktmäßig Gelb drin vorkommt und Lila, vielleicht eine lilane Blüte zum Beispiel. Oder Orange mit Blauparen oder eben Rot mit Grün. Wer, so viel Werbung muss sein, einen Farbkreis immer dabei haben möchte, der kann auch irgendein T-Shirt oder ein Kleidungsstück von mir kaufen, denn ich habe seit neuestem eins, wo hier so ein schöner Farbkreis drauf ist mit dem Spruch Fotografie ist colorful. Also wer sowas gerne haben möchte, unten ist das verlinkt. Ansonsten gibt es natürlich auch, ihr könnt das abfotografieren auf dem Handy, habt ihr immer die Komplementärfarben dabei und könnt dementsprechend eure Bilder farblich gestalten. Kommen wir zum Tipp Nummer 9. Macht den Zaun, wenn ihr vielleicht durch ein Gehege fotografiert, einfach unsichtbar mit Brennweite. Wenn ihr ein Teleobjektiv habt, egal ob das teuer oder billig ist, geht so nah wie möglich an den Zaun ran, geht in die Brennweite rein, vielleicht auf 400 Millimeter, auf 300 Millimeter und macht die Blende so weit auf wie nur möglich und selbst feiner Maschendraht wird dadurch unsichtbar und ihr könnt das Tier oder was es auch immer dahinter ist schön fotografieren. Das Bild wird dadurch ein bisschen milchiger manchmal, vor allem wenn Sonne noch auf diesen Maschendrahtzaun scheint. Warum muss ich jetzt bei dem Begriff Maschendrahtzaun lachen? Okay, aber so könnt ihr den eben auflösen und habt dadurch ein Motiv fotografiert, was ihr vielleicht so euch nicht getraut hättet, weil ihr gedacht habt, Mensch, so ein blöder Zaun davor geht leider nicht. Es geht schon, geht ins Tele rein, macht die Blende weit auf und schon ist der Zaun unsichtbar. Das funktioniert natürlich dann noch besser, wenn ihr eine Kamera mit großem Sensor verwendet. Ab APS-C, aber auch bei MFT funktioniert das schon ganz gut. Okay, kommen wir zum letzten Tipp. Ich habe natürlich noch ein paar auf Lager, aber ich muss das natürlich über ein paar Videos verteilen. Das Video ist ohnehin schon viel zu lang geworden. Und der letzte Tipp ist, sichert eure Bilder. Viele von euch denken vielleicht gar nicht daran, dass eure Festplatte vielleicht mal zu Schrott geht und dann ist alles weg. Das wäre sehr schade und deswegen ist es wichtig, mindestens eine Sicherung zu haben. Warum sage ich mindestens eine? Weil ich persönlich insgesamt drei Sicherungen habe. Also einmal liegt es auf der Festplatte, einmal liegt es noch auf meiner Nase und einmal liegt es noch auf einer dritten Festplatte. Denn was nützt mir die Nase? Das ist kein echtes Backup, denn wenn zum Beispiel mal ein Feuer ausbricht und die Nase verbrennt, dann ist alles futsch. Alles, was ihr in eurem ganzen Leben fotografiert und gefilmt habt. Besonders ich, da das ja nebenberuflich mache, es ist natürlich besonders wichtig, dass ich hier noch ein Backup habe. und deswegen rate ich euch, die Festplatten sind heute wirklich nicht mehr teuer. Ich kann ja euch unten auch nochmal eine verlinken, wo ich sage, das macht Sinn und mit vier oder acht Terabyte seid ihr da wirklich ganz gut unterwegs, aber vielleicht auch schon mit einem Terabyte, je nachdem, wie viel ihr Videos und Fotos habt. Also wichtiger Tipp an der Stelle. Tipp Nummer 10 lautet, nicht nur einmal sichern, sondern am besten zweimal sichern. Also lasst es auf eurer Festplatte, auf einer weiteren Disc und überlegt euch dann, dass ihr die dritte Festplatte vielleicht bei Familie oder Freunden lagert und sie nur ab und zu zum Backup abholt. Es gibt natürlich auch die Lösung, dass ihr direkt über Netzwerkkabel auf eine andere Nase in einem anderen Haushalt auch nochmal eine Sicherung macht. Oder das gibt natürlich auch Cloud-Anbieter, aber ich weiß, viele von euch mögen das nicht. Ich persönlich habe meine Bilder auch nicht auf einer externen Cloud, sondern immer in der internen Cloud liegen. Und ja, das wäre es gewesen mit diesem Video. 10 Tipps für Anfänger in der Fotografie. Es folgen weitere Videos natürlich, wenn ich Zeit und Lust habe. Aber so Gott will, denke ich, dass ich das auch mache. Euch noch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ich habe ja auch noch ein paar schöne Tage auf La Palma. Natürlich bin ich jetzt schon zu Hause, wenn ihr das Video seht. So naiv bin ich natürlich auch nicht, dass ich das dann hochlade, während ich live vor Ort bin. Auch wenn es bei mir eigentlich nichts zu holen gibt, wenn ich nicht daheim bin, denn alle meine Kameras habe ich ja dabei. Also euch noch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.